Ein verbrannter Mann, eine beschuldigte Ehefrau, ein Gerichtsprozess, das vielleicht die falsche Entscheidung traf. Erst verbrannt, dann überfahren. Und das alles durch die eigene Ehefrau. Die zwei Kinder des Ehepaares haben mehr als zehn Jahre nach dem Vorfall nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen. Der Verteidiger der Ehefrau des Verstorbenen betont, dass es nicht genug Beweise gebe. Das Gericht entscheidet jedoch. Schuldig im Sinne der Anklage. Todd Stermer starb am 7. Januar 2007 an den Verletzungen, die er sich B.I. einem Brand im Haus seiner Familie in Lawrence zugezogen hatte. Dies ist die traurige Geschichte von Todd Stermer. Diese Podcast-Sendung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken und soll nicht als juristischer Rat oder Anleitung zur Nachahmung von Verbrechen verstanden werden. Die in dieser Sendung behandelten Geschichten basieren auf echten Ereignissen. Aber einige Details wurden möglicherweise zur besseren Verständlichkeit oder dramatischen Darstellung angepasst. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Auswirkungen, die das Hören dieser Sendung auf die psychische Gesundheit oder das Wohlbefinden unserer Hörer haben kann und empfehlen Zuhörern bei Bedarf, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Jeden Montag und Dienstag um 20 Uhr präsentieren wir euch neue True Crime und Horror Videos. Indie Entertainment. Echte Unterhaltung. Ein Mann aus Michigan verstarb, nachdem ein Feuer ausgebrochen war und seine Frau wurde wegen seiner Tötung verhaftet. Doch die Frage bleibt, war sein Tod das Ergebnis von Brandstiftung und Mord oder ein Unfall? Am 7. Januar 2007 geriet das Haus von Todd und Linda Stermer in Lawrence in Flammen. Adam Beck, ein ehemaliger stellvertretender Sheriff des Van Buren County Sheriff's Department, reagierte auf die Szene und fand Todd so schwer verbrannt vor dem Haus, dass seine Ohren, Wimpern und Haare vollständig verschwunden waren. Ich bemerkte, dass sich eine Blutlache hinter seinem Kopf befand, sagt Beck über Todd und erinnert sich, dass Linda um ihren Mann herumlief und immer wieder den Namen ihres Mannes schrie. Sie war sehr hysterisch, sagt Beck. Sie ging zu Todd und legte sich auf ihn, während die stellvertretenden Sheriffs versuchten, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Sie versuchte, seinen Mund zu bedecken, als ob er etwas sagen wollte, oder sie dachte, er würde etwas sagen, wenn sie ihn zurückbringen würden. Todd verstarb an der Unfallstelle. Laut dem Sohn des Paares, Corey Pierce, waren er und seine beiden Brüder zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Corey sagt, dass Linda ihm am Morgen des Feuers sagte, dass sie und sein Vater sich scheiden lassen würden und sie wollte, dass er seine Brüder mit ins Kino nimmt. Dann sagte sie mir, dass sie wollte, dass wir heimlich das Haus verlassen, damit unser Vater nicht wüsste, dass wir gehen, sagt Corey. Ihre Begründung dafür war, dass die Scheidung reibungsloser verlaufen würde, wenn er dachte, wir wären immer noch im Keller. Auf dem Weg aus dem Haus behauptet Corey, seine Mutter habe ihm gesagt, sich nicht von seinem Vater zu verabschieden. Man konnte ihn ein wenig im Stuhl sitzen sehen, seinen Arm über die Stuhllehne hängend. Einfach schlaff, sagt er. Nachdem die Kinder gegangen waren, sagt Stephen Willison, ein Versicherungsanwalt, der an der Schadensregulierung arbeitete, dass Linda Wäsche machte, als sie ihren Mann schreien hörte. Willison sagt, Linda sei die Treppe hinaufgerannt und habe sowohl Todd als auch das Zimmer, in dem er war, brennen sehen. Sie lief aus dem Gebäude, sie lief zum Auto, um Hilfe zu holen, erklärt Willison. Todd, in Flammen stehend, rannte ebenfalls nach draußen und riss seine Kleider ab, als sie ihn mit dem Auto traf, so Willison. Beck, der ehemalige stellvertretende Sheriff, erklärt, Todd kam aus dem Haus und sie hat ihn entweder nicht gesehen und überfahren oder ihn absichtlich überfahren. Die anschließende Untersuchung warf auch mehrere Fragen darüber auf, was passiert ist. Zum Beispiel wurde eine Benzinflasche vor dem Haus der Familie gefunden. Während einige Ersthelfer angaben, keinen Benzingeruch wahrgenommen zu haben, schrieb ein Feuerermittler in einem Bericht, dass er feststellte, dass ein deutlicher Geruch nach irgendeinem Art von flüssigem Petroleumbeschleuniger vorhanden war. Ein Spürhund schlug nicht auf einen Brandbeschleuniger am Tatort an. Aber Tests an in der Waschmaschine gefundenen Lumpen sowie an Tods verbrannten Socken, Jogginghosen und Unterwäsche wiesen auf das Vorhandensein von Benzin hin. Ein Bericht besagt jedoch, dass Lindas Kleidung keine Anzeichen von identifizierbaren flüssigen Erdölprodukten zeigte. Laut dem Bericht könnte der Ursprung des Feuers in der Nähe eines Kamins gelegen haben. Linda erzählte den Ermittlern auch, dass es in der Nähe des Kamins Feuer von unserem Schlafzimmer bis zu Tods Sessel gab und er stand in Flammen. Dennoch wurde zu dieser Zeit keine Zündquelle identifiziert. Angesichts des Mangels an klaren Antworten und der verwirrenden Details in diesem Fall behauptete Linda, dass das Feuer und Tods Tod das Ergebnis einer Reihe unglücklicher Ereignisse waren. Willison, der Versicherungsanwalt, widerspricht der Witwe von Tod und sagt, dass sie ihren Ehemann gegenüber den Versicherungsermittlern zuweilen als einen wirklich netten Kerl darstellte. Aber zu anderen Zeiten machte sie ihn zu einem absoluten tobenden Monster. Am Tag von Tods Tod fährt Willison fort, schickt sie ihre Kinder weg. Sie sprach darüber, wie sie es kaum erwarten konnte, von dort wegzukommen. Sie hatte endlich diese Entscheidung getroffen, dass sie gehen würde und was finden wir heraus? Sie bereitet ihm Frühstück zu. Sie macht ein Feuer im Kamin, sagt Willison. Der Plan scheint viel eher mit jemandem übereinzustimmen, der auf etwas wartet, das passieren soll. Corey und sein Bruder Trenton Sturmer sagen jetzt beide, dass ihre Mutter im Laufe der Jahre immer manipulativer wurde. Corey behauptet, dass Linda unseren Vater betrogen hat, was zu Streitereien zwischen dem Paar führte. Sie hat die Vorwürfe bestritten. Ich erinnere mich daran, dass sie mir eine blutige Nase verpasst hat, nur weil ich gefragt habe, was mit meinem Vater passiert ist, behauptet Trenton und fügt hinzu, wir kennen vielleicht nicht alle Details, aber ich glaube nicht, dass es einen Zweifel in unseren Herzen und Köpfen gibt, dass sie unseren Vater getötet hat. In einem Bericht schloss die Versicherungsgesellschaft des Paares, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelte und lehnte Lindas Versicherungsanspruch offiziell ab. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen Linda wegen Mordes ersten Grades und Brandstiftung und ihr Prozess begann im Januar 2010. Lindas derzeitiger Verteidiger Wolfgang Müller weist darauf hin, dass Todd in zwei frühere Hausbrände verwickelt war, bei denen Ansprüche für Versicherungszahlungen für Brandschäden geltend gemacht wurden. Er merkt auch an, dass der Staat die Möglichkeit nicht ausschließen konnte, dass Todd für das Feuer verantwortlich war, das zu seinem Tod führte. Der Verteidiger behauptet auch, dass das Zuhause von Todd und Linda nicht gründlich und ordnungsgemäß von Brandermittlern durchsucht und untersucht wurde. Dennoch, nach nur wenigen Stunden Beratung, fanden die geschworenen Linda des Mordes an ihrem Ehemann schuldig und sie wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Januar 2013 untersuchte der unabhängige Brandexperte Robert Trankel den Fall erneut und kam zu dem Schluss, dass das Feuer durch einen Fehler im Schornstein verursacht wurde und es sich um einen Unfall handelte. Bewaffnet mit Trankels Erkenntnissen erhielt Linda 2016 eine Beweisaufnahme. Ihr neues Verteidigungsteam argumentierte, dass sie sechs Jahre zuvor keinen fairen Prozess erhalten hatte. Im Dezember 2018, nach mehr als acht Jahren im Gefängnis, ordnete ein Bundesrichter Lindas Freilassung an. Linda bestreitet weiterhin vehement, dass sie das Feuer gelegt hat oder in Todds Tod verwickelt war. Ich habe das nicht getan, sagt sie. Ich weiß nicht, warum er nicht überlebt hat, warum er nicht früher herauskam, aber als ich zu seiner Beerdigung ging, wollte ich einfach in das Grab mit ihm steigen, denn es fühlte sich einfach nicht an, als ob jemals wieder etwas in Ordnung sein würde. Sie gibt zu, dass der Fall ihre Familie dezimiert hat. Corey behauptet, dass seine Mutter ihre Geschichte über das Feuer viel zu oft geändert hat und die angeblichen Unstimmigkeiten in seinen Augen beweisen, dass sie es getan hat. Linda wartet derzeit auf einen erneuten Prozess in diesem Fall. Zum Ende dieser Folge möchte ich gerne meine Meinung preisgeben, allerdings interessiert es mich auch, was eure Meinung zu diesem Fall ist? Meiner Meinung nach scheint es auf den ersten Blick so, als sei Todt ermordet worden, da die Ehefrau aus dem Haus rannte, als sie ihn in Feuerflammen stehe sah. Außerdem ist es äußerst komisch, dass man Benzinspuren an Todt seinen Klamotten nachwies und die Klamotten der Ehefrau total davon befreit waren. Doch wenn man etwas genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass es dazu auch andere Theorien geben könnte. Ich denke an Folgendes. Es kann ja sein, dass Todt mit seiner Ehe unzufrieden war und suizidal war, denn die Kinder von Todt glauben daran, dass ihr Vater ermordet worden ist. Dieses Verhalten der Kinder lässt mich vermuten, dass es eine Möglichkeit gegeben haben muss, dafür, dass Todt und seine Ehefrau Eheprobleme hatten und daran die Ehefrau schuld war, denn kein Kind dieser Welt beschuldigt so einfach seine eigene Mutter des Mordes. Etwas müssen die Kinder zu Lebzeiten ihres Vaters mitbekommen haben, dass sie in diesem Glauben an die Ermordung ihres geliebten Vaters glauben. Ich weiß nur eins, dass dieser Vorfall alles andere als leicht durchschaubar ist. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare und denkt daran, respektvoll zu sein, da es sich um reale Fälle oder besser gesagt Dramen des Lebens handelt.